Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. Heute wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie wir unsere ganze Karriere in EVE möglichst schnell und günstig finanzieren können. Wie wir alle wissen, verliert man in EVE häufig mal sein Schiff, muss Munition kaufen und so weiter, will vielleicht ein teures Schiff fliegen oder was auch immer. Und dafür braucht man genügend Kleingeld. So, wie kann man sich jetzt das Kleingeld verdienen? So, da haben wir natürlich die ganz einfachen Varianten, wir hauen NPCs aus ihren Raumschiffen, wir gehen Minern oder tun andere verrückte Sachen, wie zum Beispiel Projekt Discovery. Aber auch das geht ja nur eine begrenzte Weile. So, was mache ich jetzt zur Zeit, um mir meine ganzen Sachen hier zu finanzieren? Nun ja, das Event war ziemlich einträglich. Es hat auf jeden Fall gereicht, um das Schiff zu refinanzieren, mit dem ich da letzte Woche unterwegs war. Da habe ich, ich glaube, ca. 200 Millionen ISK jetzt mittlerweile insgesamt gemacht, habe ein paar Sites geflogen, hatte also nicht den ganz guten Loot, sondern immer nur so durchschnittlich, aber war schon okay. So, der zweite Pfad, den man tun kann, ist Industrie. So, dafür sind wir auch schon auf meinem Industriecharakter. Ihr seht, er hat Industrie vollgeskilled und Mass Production auch und kann damit das Maximum, was ein AFH ja kann, an Produktion. So, das ist allerdings nicht viel. Wenn wir jetzt mal kurz hergehen in das Industriefenster. Wir haben Produktionsaufträge, maximal vier Stück. Ist jetzt nicht so sonderlich viel. Wir können zum Beispiel mal den Blueprint für die Inferno Autotargeting Heavy Missiles, Stufe 1 natürlich hernehmen und sehen hier, in Jita würde das, beziehungsweise in Perimeter und in Jita ist der Durchschnittspreis für die ganzen Materialien für eine Tagesproduktion. Also, wenn ich das jetzt einen Tag laufen lasse, 1,6 Millionen ist, die Dinger sind ca. 2,5 Millionen ist dann wert. So, wenn ich vier davon laufen lassen kann, machen wir also 4 Millionen ist am Tag Gewinn. Ist ein nettes Nebeneinkommen, aber davon kann man sich seine Karriere jetzt auch nicht finanzieren. Da ist man meistens schneller, wenn man ein, zwei Sites fliegt. Und, wie gesagt, vor allem, wenn man im Amar-Raum unterwegs ist, hat man ja keine Kosten für die Munition und kann dort zügig die Schiffe wegklatschen. Und hat dann die 4 Millionen ist auch drin. Allerdings muss man hin und wieder mal schauen, wenn wir jetzt einfach mal hier hergehen und sagen, Marktdetails anzeigen. Marktdaten, okay, wir sehen hier, die Dinger werden momentan für 81 Millionen, äh, 81 Millionen ist das Stück verkauft. Das ist jetzt, wer hier hat gerechnet mit, ich nehme mal ganz kurz 1 ein, so, der hat gerechnet mit 135. 35. Das heißt also, wenn wir hier unterbieten wollten, würden wir schon gar nicht so viel rauskriegen. So, allerdings ist das ein gutes Beispiel für Leute, die, ja, ich weiß nicht, nicht unbedingt die größten Leuchten im Rechnen sind. Ich verstehe es nicht. Es gibt hier Leute, die, vor allen Dingen, weil das Angebot auch noch relativ frisch ist. Und es gibt hier Leute, die kaufen einem die Sachen für 81 BISC das Stück ab. Und wenn ich das hier verkaufe, habe ich 5% Kosten für den Verkauf. So, wenn ich das reinstelle als Verkäufer, habe ich die 5% plus die Maklergebühren. Die, ja, je nachdem wie gut man mit der Fraktion auf dem Fuß steht, noch mal so um die 5% sind. Es können so zwischen, je nachdem, wie gesagt, welches Standing man hat, ich glaube zwischen 2 und 5% sein. So, dann verstehe ich nicht, warum Leute das hier reinstellen für diesen Preis. Weil man verdient ja dann damit deutlich weniger, als hätte man es direkt an einen von denen ja verscherbelt. So, was kann man jetzt machen? So, also, wenn wir jetzt ein Jahr hergehen wollten und sagen, okay, wenn wir das Ganze für 81,7 BISC kaufen und danach wieder für einen Preis von 139,9 oder auch mal 8, weil wir müssen ja das etwas unterbieten, BISC reinstellen, verdienen wir dann noch genug Geld. So, das ist jetzt die gute Frage und da können wir uns jetzt mal wieder mit unserem Lieblingsprogramm beschäftigen. Und das nennt sich Excel. So, und zwar habe ich in Excel eine kleine Tabelle angefertigt. Wie gesagt, wer Yves spielt und das Ganze ein bisschen gewinnorientiert macht, wird früher oder später auf Excel oder OpenOffice oder wie sie auch immer heißen landen und wir können uns dann einfach mal angucken, okay, wir würden das Zeug jetzt hier verkaufen für 139,8 BISC. Wir würden es kaufen für 81,71 BISC. Wir haben eine Menge von 12.900. So. Wir sehen jetzt, uns hat das Programm ausgerechnet, also das ist eine ganz simple Rechnung. Wir ziehen hier die 5% ab, die wir beim sofortigen Verkauf haben würden. Hier haben wir den Abzug nach 5%, also wenn wir sofort verkaufen könnten. Hier haben wir den Abzug nach 10%, also rund 10%, wie gesagt, bei mir, wenn wir das wieder als Verkäufer verkaufen. Und das ist der Gewinn für, nach Abzug 5% im Moment. Und dann müssten wir das Ganze jetzt hier noch mal daneben für die 10% machen. Und zwar wäre das dann nicht J, sondern K. So. Zack. Und ihr seht, wenn wir jetzt hingehen würden, das Zeug einfach kaufen und dann wieder als Verkaufsorder für mehr Geld reinstellen, würden wir hier fröhlich 600.000 oder reichlich 500.000 BISC machen. Ist jetzt auch nicht viel in dem Moment. Und man braucht natürlich erstmal eine Menge Kapital. Was wir, also hier 1,8 Millionen, ist schon mal eine kleine Hausnummer. Aber man macht damit ordentlich Gewinn, wenn man immer mal wieder die wichtigsten Sachen durchschaut. Weil, wie gesagt, die Sachen, die günstig produziert werden können, werden häufig auch unter Preisverscherbelt. Also würde ich jetzt in dem Fall die Sachen kaufen und wieder als Verkaufsorder reinstellen für 139,8. Und wir hätten dann damit einen kleinen Gewinn gemacht. So. Des Weiteren. Wie kann man jetzt noch Geld verdienen? Also das Station Trading. Immer mal wieder durchgucken. Wenn ihr gerade in Jita oder Umgebung seid, hin und wieder lohnt es sich wirklich. Es gibt manchmal Sachen, ja, wo man es einfach nicht begreift. Wo teilweise hier Sachen drin sind, die den gleichen Preis haben wie hier. Aber dann die Verkäufer, die das Zeug richtig gewinnbringend verkaufen wollen, plötzlich für, ja, den vier-, fünffachen Preis das Zeug eigentlich nur verkaufen. Und man hat dann hier so Schnäppchenangebote. Wie gesagt, das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel. Schaut immer mal wieder rein. Schaut durch. Und, ja, verdient euch damit eine goldene Nase. Genau. Als nächstes möchten wir uns mal angucken, was ein guter, ja, womit ich in letzter Zeit sehr gut Geld verdient habe. Und zwar ist das der Verkauf und Kauf von Erzen. So. Wir sehen hier, die Käufer und die Verkäufer sind ungefähr auf dem gleichen Level. Also das ist jetzt wirklich kaum ein Unterschied. Außer der große Batzen hier, aber der ist neun Springer weg. Und wir können ja mal aus spaßeshalber Kurssätzen machen. Ja. Okay, deswegen ist es nicht durch ein Lossergebiet oder sowas. Aber, ob sich das lohnt, müsste man jetzt erstmal sehen. So. Aber wie kann ich jetzt, wenn ihr die Liste seht, wie kann man jetzt hiermit Geld verdienen? Nun ja, wir wissen, es wird für 21,03 ISK gekauft. So. Da gehen wir wieder in unsere Excel-Tabelle rein. Sagen, Verkaufswert 21,03 ISK. So. Es lohnt sich bis zu einem Preis von 20 ISK. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz her und formatieren. Den ganzen Spaß. Und zwar möchte ich gerne zwei Nachkommensstellen haben. Und natürlich, lasst euch immer den Tausenderpunkt anzeigen, weil in EVE sind die Zahlen dann doch relativ groß. So. Okay. Also, bis zu einem Wert von 20,24 ISK lohnt es sich, wenn ihr das Zeug sofort verkaufen wollt. So. Wie kriegt ihr jetzt raus, wo ihr die Sachen günstig kaufen könnt? Und ja, da gehen wir aus Excel raus, gehen in Firefox rein und können jetzt hier mal nach Felsbar suchen. So. Und da sehen wir, die Dinger gibt es relativ günstig. Günstig. So. Eine Million Einheiten Felsbar und das Ganze ist auch nur 13 Sprünge weg. So. Wir gucken ganz kurz. Ja, der Charakter ist im Perimeter. Wir gucken uns jetzt mal im Spiel an, wo denn diese... Das geht ja nicht. So richtig funktioniert das nämlich nicht, wenn man das ins Spiel übernehmen will. Deshalb, ähm, Steuerung C. Wir gehen wieder ins Spiel und sagen mal auf der Karte, zeig uns doch bitte mal an, wie weit das ist. So. Und von wegen 13 Sprünge. Hier ist immer noch die, ähm, Triglavian, äh, Verschiebung nicht mit eingerechnet. So. Also, ihr müsstet hier 50 Sprünge machen, um die eine Million Einheiten abzuholen. Lohnt sich natürlich jetzt nicht unbedingt. So. Dann gehen wir wieder ins, äh, in den Firefox und schauen uns weiter um. Ihr könnt natürlich auch jetzt diese kleineren Einheiten hier durchfliegen und abholen. Und hin und wieder lohnt sich das auch. Also nicht hin und wieder, sondern es lohnt sich schon ziemlich häufig, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch direkt Regionen raussucht, die, ja, angrenzend sind oder in denen ihr gerade unterwegs seid. Sagen wir mal, ähm, LoneTrack ist gleich um die Ecke. Da seht ihr, es gibt eine ganze Menge, ähm, Material bis zu einem Preis, wo es sich auch zu kaufen lohnt. Und da könnte man jetzt in LoneTrack einfach rumfliegen und die ganzen Sachen einsammeln. So. Was ist jetzt unser Problem? Nun ja, 158, äh, 1000 Einheiten felsbar. Jede Einheit hat ein, äh, ein Volumen von 0,1 Kubikmeter. Man kriegt also nicht sonderlich viel ins Schiff. Also bei den, ähm, Erzfrachtern, die es gibt, hat man einen Frachtraum von, wir haben hier gerade einen, 46,000 Kubikmetern. Das heißt, bei 460.000, ähm, Einheiten felsbar wäre Schluss. Ist jetzt nicht so der ganz große Gewinn. So. Aber, jetzt gehen wir wieder in den Markt und sagen, okay, wir wollen jetzt nicht den felsbar verkaufen, sondern den compressed felsbar. Und ihr seht, der ganze Spaß ist sogar noch eine kleine Ecke mehr wert. So, auch hier sind die Preise sehr nah beieinander. Also es lohnt sich hier auch nicht, ähm, die Sachen als Verkäufer reinzustellen. Die kann man direkt verkaufen. So. Und 100 Einheiten felsbar ergeben eine Einheit compressed felsbar. Deshalb suche ich mir jetzt immer große Quantitäten raus im EVE-Marketer, fliege dorthin, kaufe die und mache dann den Strukturbrowser auf. So, ähm, den findet ihr unter Hilfsmittel. Könnt ihr euch auch hier in die Liste ziehen. Den habe ich auch so gemacht, weil, ja, das ist mein Industrie- und Handelcharakter. Der, ja, braucht das öfter. So, hier seht ihr jetzt alle Stationen, die in eurer Gegend sind. Ich habe jetzt mal hier alle Anlagen anzeigen lassen und hier habt ihr zum Beispiel eine Anlage, die den Dienst Aufbereitung hat. Das ist euer Freund. Wenn ihr jetzt dorthin geflogen seid, wo ihr das gekauft habt, macht ihr den Strukturbrowser auf und guckt, wo in der Nähe eine Anlage mit Aufbereitung ist. Und dort schafft ihr das ganze Zeug. Jetzt diese eine Million Einheiten felsbar zum Beispiel. So, die schafft ihr alle dorthin. Und in dieser Station könnt ihr die Sachen komprimieren. Das ist kostenlos, dieser Dienst. Im Moment noch. Und damit, ja, schrumpft ihr das erheblich zusammen. Und könnt damit mehr aufnehmen. Das heißt, ihr würdet also die Million Einheiten felsbar auf 10.000 Einheiten, den Compressed Felsbar zusammendampfen. Und die könntet ihr dann den langen Weg nach Schichter schaffen. So, das macht ihr jetzt natürlich nicht für eine Million Einheiten. Das lohnt sich nicht. Und vor allen Dingen nicht bei 50 Sprüngen. So, jetzt ist natürlich die Frage alles klar. Jedes Erz hat verschiedene Reinheitsstufen. Zum Beispiel den Dents Felsbar. Ihr seht, der ist auch in etwa dasselbe Wert. Und davon gibt es auch die Compressed Variante. Die ist sogar etwas mehr wert. So. Das Ganze könnt ihr euch jetzt, also ich gehe immer davon aus, ich hole mir das Einfache, sage, okay, circa 21 ist, also 2100, das Komprimierte. Und dann gehe ich die ganzen Dienste oder die ganzen Reinheitsgrade durch. Bis ich irgendwo größere Einheiten finde. So, wir gehen wieder alle Regionen, sagen nochmal Felsbar suchen. So, bis 20 circa hat es sich gelohnt. Hier haben wir zum Beispiel 9 Millionen Einheiten in Domain liegen. Das sind auch rund 45 Sprünge. Muss man jetzt wissen, ob man das machen will. Es geht zum Glück nicht durch Losergebiete Richtung Domain. Also kann man das schon machen. Es geht allerdings durch einige 05er Systeme, wo seitdem die Strecke zwischen Jita und Amar so weit ist, dort hin und wieder Gandhofen hocken. So. Andererseits könnt ihr dann hier alles durchgucken und sagt, alles klar, dort unten gibt es jetzt auch, Kado ist da unten nicht weit weg, günstig noch mehr Zeug zu kaufen oder hier in Lohnträg für 1,3 Millionen Einheiten für 18 ISK. Das würde sich auch schon lohnen. Und so kann man sich dann seine Route zusammenstellen. Von Stable gibt es, glaube ich, keine Compressed-Variante. Genau. Densed und Concentrated gibt es noch. Genau. So, da haben wir hier auch wieder in Lohnträg eine größere Menge. Allerdings, habe ich schon mittlerweile mitgekriegt, man kennt dann seine Schweine am Gang. Dieses System liegt hinter einer Lohsek-Blase. Also, ihr habt ein 0,4er oder 0,3er-System, bevor ihr dort hinkommt. Macht sich mit einem Frachter nicht so gut. Also, man kann das machen, sollte aber allerdings immer aufpassen, dass man da dort nicht gegängt wird. Sonst ist das ganze Geld weg. Das ist ein großer Batzen, der sich momentan lohnt. Also nicht das hier, sondern wenn man das jetzt mit den gängigen Erzen macht. So, Plague of Glace. Zum Beispiel seht ihr hier, Buyers in Jita bezahlen 86. Sagen wir mal 4 weg, also 82. Und wird, also bis dahin lohnt es sich. Oder sagen wir alles, was kleiner ist als 80. Und da gibt es hier schon einige Angebote. Ist auch nicht so groß, weil der Markt in letzter Zeit ziemlich abgegrast ist. Aber, ihr könnt ja mal alles durchgucken. Hier haben wir zum Beispiel wieder 200.000 Einheiten. Genau. Also, da muss man dann halt immer mal durchschauen. Hin und wieder hat man wirklich Glück und findet riesige Quantitäten. Letztens hatte ich, glaube ich, irgendwas bei um die 10 Millionen Einheiten, die jemand relativ kostengünstig verkauft hat. Allerdings, und da schauen wir nochmal ganz kurz ins Excel-Formular rein, hat das Ganze natürlich auch seine Schattenseiten. Hinten habe ich mal ganz kurz ausgerechnet, wenn wir jetzt den Verkaufswert, mal die Einheiten, sagen wir mal, ihr habt jetzt die 900, also die 9 Millionen, 3, 1, 2, 3, Felsbar aufgekauft, komprimiert die, halt, beziehungsweise wollt die verkaufen. Habt ihr 191 Millionen ist im Frachtraum. Passt dort immer auf, wo ihr, wie weit ihr fliegen müsst, weil, wenn man zu viel Geld im Frachtraum hat, wird man schnell mal abgeschossen. Vor allem, wenn man in Gebiete wie Jita hineinfliegen will. Genau. Was sich auch noch ganz gut macht, ähm, sind Sachen wie zum Beispiel, ähm, Munition. Die werden von vielen Leuten günstig irgendwo produziert, und, ja, die haben dann keine Lust, das Ganze irgendwo hin zu transportieren und, da kann man dann auch ein bisschen Geld machen. Guckt euch immer an, ähm, wie die Verkaufspreise sind. Meistens sind, wenn ihr die hier oben auf Bios klickt, die Sachen in Jita steht meistens ganz oben, weil in Jita hat man die höchsten Preise von den Käufern. So, das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, aber hier seht ihr zum Beispiel 15 Stück, 1,9 Millionen. In Jita würdet ihr 2,5 dafür bekommen. Wenn ihr euch ins Newsweek vorwagen wollt, könntet ihr die Sachen holen. Wie gesagt, schaut euch auch die, äh, einfachen Sachen an, die Standard, ähm, ähm, ja, Raketen zum Beispiel, wenn ich hier sehe, in Dodixi 4,5 ähm, ist, äh, Puitra kriegt ihr dafür 12, beziehungsweise dann hier sogar 6 und das sind größere Quantitäten, also hier könnte man schon ein bisschen Geld verdienen, indem man das Zeug einfach hin und her kartet. So. Wie gesagt, haltet da immer die Augen offen. Es gibt relativ viele Möglichkeiten, hier Geld zu verdienen. Und, ja, wie gesagt, es gibt auch ganz viele Leute, die nicht unbedingt sehr schlau auf den Märkten agieren oder es einfach auch nicht besser wissen. Aber, in Yves gilt immer, wer einen Fehler macht, wird dafür bestraft. zusätzlich, wo ihr auch noch ein bisschen Geld mit verdienen könnt, sind die Verträge. Kurierverträge bringen auch immer schöne Belohnungen und sind relativ risikofrei. Wie gesagt, geht immer hin und schaut, wie viele Sprünge sind es und lohnt es sich da überhaupt hinzufliegen, weil zum Beispiel das Ding hat angeblich, die Route sind nur drei Sprünge, aber bis ihr da seid, habt ihr erst mal 47 Sprünge hinter euch zu bringen. So. Ihr könnt natürlich auch immer die Sicherheiten hier erhöhen. Ich wollte jetzt nicht mehr als 100 Millionen ausgeben, aber wenn ihr jetzt mal sagt, okay, mir ist das egal, ich möchte bis 500 Millionen ist, ja, dann gibt es hier schon teilweise noch höhere Angebote. Wenn ich hier sehe, Cheetah nach Hatakani, ja, Sicherheit 100 Millionen, aber man kriegt 8 Millionen ist für 8 Sprünge, ist das jetzt schon nicht ganz schlecht. So, wenn ich jetzt mal hier den Kurs zur Abholstation setze, Nein, halt zur Zustellstation, Entschuldigung, Cheetah ist natürlich nur einen weg, ja, hat man hier einen relativ kurzen Weg, allerdings muss man, wie gesagt, 100 Millionen ist hinterliegen und wenn ich sehe, hier 4500 Kubikmeter bloß, das kriegt man mit einem ordentlich gefitteten Zerstörer zum Beispiel, gehen. Aber wir können uns mal den Vertrag angucken. Ziel ist ein keine Spielerstation, das ist schon mal gut, weil bei Spielerstationen sind oft das Problem, dass ihr nicht reingelassen werdet und die Leute sich dann diebisch freuen, dass sie den Auftrag nicht abschließen könnt und dann eure 100 Millionen ist, behalten können und dafür aber nur sehr wenig in dieses Päckchen reingepackt haben, was euch dann zufällt. Hin und wieder wurde früher sowas mal gemacht mit einem Tritanium. Man hat die Leute dann ein paar Sprünge geschickt zu einer Station, die von Spielern kontrolliert wurde und hat sie dort nicht andocken lassen. Das hier zum Beispiel ist ein Vertrag, wie man ihn durchaus mal machen könnte. Wenn man gewillt ist, die Sicherheit zu geben, weil werdet ihr abgeschossen, ist natürlich die Sicherheit auch weg. So, ob ich den machen würde, wegen 5 Millionen ist, 24 Sprünge, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, aber es gibt ja noch genug andere. Und ich sage mal so, von Jita nach Perimeter für eine Million Einsprung kann man schon mal machen. Damit kann man sich auch noch ordentlich Geld nebenher verdienen. Aber wie gesagt, der Handel mit Waren, die ihr nach Jita bringt, bringt wesentlich mehr. Und damit habe ich in letzter Zeit auch wirklich viel, viel, viel Geld verdient. Also ich habe es mittlerweile geschafft, den Account hier, also genug Geld für Plex zusammenzukriegen für, ich glaube, 5 Monate. Das ist erstmal schon nicht schlecht. Zurzeit habe ich leider nicht so viel Zeit zum Spielen, sondern schaue mal bloß wieder kurz vorbeifliege, ein paar Routen hier ab, oder wenn ich mal kurz Lust habe, schieße ich ein paar NPCs ab. Aber ganz häufig bin ich jetzt eigentlich momentan am Handeln. und ihr werdet selber merken, ihr fangt dann irgendwann an, wie ich solche Listen euch zusammenzubasteln, auch Listen, wo drin steht, was habe ich jetzt für Sachen ausgegeben, was habe ich jetzt für Sachen oder für was muss ich die wieder verkaufen, weil irgendwann werdet ihr auch damit anfangen, Sachen zu kaufen, weil ihr wisst, die sind gerade unglaublich günstig und werden aber sehr wahrscheinlich wieder steigen im hin und wieder sind das zum Beispiel irgendwelche bestimmten Waffenarten, Munition ist sehr häufig im Wechsel dabei, wie gesagt, das hatten wir hier das Gerüstas Event, wo zum Beispiel die Scorch Raketen wieder sehr effektiv waren, da sind die im Preis etwas gestiegen, irgendwann kommt wieder ein Event, wo die Inferno Raketen oder die Inferno Munition deutlich teurer oder nützlicher ist, dann wird die wieder etwas teurer und so schwankt das Ganze fröhlich hin und her. Also wenn ihr das Geld nicht sofort braucht, ist es auch manchmal ganz gut, einfach kleinere und auch größere Chargen aufzukaufen, zu warten, bis sich der Preis wieder erholt hat und dann wieder zu verkaufen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist auch der Plex Wenn wir uns da die Preisentwicklung mal anschauen, der war hier ziemlich weit unten, ist jetzt gerade schon wieder fröhlich am steigen und wenn wir mal ganz kurz in die Marktdaten reingucken, ich habe den vor 2 Wochen jetzt für 2,1 Millionen gekriegt, mittlerweile sind sie schon wieder 2,3 Millionen wert, wenn ich sie verkaufe 2,4 also das Ganze ist fröhlich am schwanken und wir haben gerade wieder mal eine Tiefphase gehabt, aber ihr seht auch, dass der schon mal bei über 3 Millionen gestanden hat, ist jetzt zwar fast ein Jahr her, aber ja und hier zwischendrin war er auch wieder deutlich höher. Schaut euch so eine Verläufe an, guckt immer wieder wo ihr da sinnvolle Sachen raussuchen könnt und ja investiert denn auch so bleibt Yves am Leben indem Leute kaufen was andere herstellen und dann wieder versuchen gewinn bringt zu verkaufen gut das soll es für heute gewesen sein wir sehen uns beim nächsten mal wieder und ich denke dann jetzt auch mal wieder eine Runde in den Weltraum hinaus bis dahin gehabt euch wohl und viel Spaß beim Handeln fliegt sicher tschüss